In Oldenburg fand in dieser Woche der 18. Kontaktpunkt Wirtschaft statt. Er stand ganz im Zeichen des Ollis. Mit diesem Preis werden die familienfreundlichsten Unternehmen in Oldenburg ausgezeichnet. Rund 250 Gäste nahmen an der Verleihung in der GSG-Hauptverwaltung teil. Der Preis in der Kategorie kleine und mittlere Unternehmen ging an die Stadtbäckerei Schröder. Der Betrieb wurde für seine Teilzeitmodelle und flexiblen Arbeitszeiten gelobt. Ich bin stolz, stolz wie Oskar. Die Oldenburgische Landesbank nahm die Anerkennung für große Unternehmen entgegen. Familienfreundliche Rahmenbedingungen und Serviceangebote hatten hier den Ausschlag gegeben. Wir freuen uns und sind ganz stolz darauf, dass wir jetzt Preisträger geworden sind und freuen uns auch, dass damit unser Weg, den wir beschritten haben, eben auch ausgezeichnet worden ist zu mehr Familienfreundlichkeit. Beide Unternehmen haben hervorragende und beispielhafte Belege dafür gezeigt, wie man in einem Unternehmen gute Rahmenbedingungen für Familienfreundlichkeit setzen kann. Die Laudatio-Hit Oberbürgermeister Gerd Schwandner. Er betonte, dass alle Bewerber auf den Olli 2012 neben der Kinderbetreuung auch die Betreuung zu pflegender Angehöriger berücksichtigen. Gemeinsam mit Staatssekretär Heiner Pott des niedersächsischen Familien- und Sozialministeriums überreichte er den Preis. Der Preis wurde zum vierten Mal vergeben.